herzlich willkommen sie suchen tools konzepte im bereich management diagnostik und profiling dann sind sie bei uns wahrscheinlich richtig mein name ist frank schelen ich bin gründer der schelen gruppe und insights mdi und ich möchte ihnen gerne einen kleinen einblick geben wie unser gesamtes portfolio denn aussieht was sich dahinter verbirgt sie sehen hier unseren kompetenzstern hier haben wir die möglichkeit zum einen verhalten sichtbar zu machen hier haben wir unser insights rat unsere insights grafik und die entsprechenden analysen die dazu gehören dann haben wir den zweiten bereich der ist meiner meinung noch viel viel wichtiger das ist das warum das sind unsere motive unsere werte unsere antreiber auch vielmals haben wir konflikte auf der verhaltensseite die aber ursprünglich aus der wertecke kommen der dritte bereich bei uns ist das thema was das sind unsere kompetenzen hier haben wir die möglichkeit mit unserem assess system auch kompetenzmodelle zu entwickeln zu definieren und dann auch messbar zu machen also auch so das thema new competencies in new work als beispiel sie sehen oben und das ist eigentlich die zentrale verbindung zwischen allen drei bereichen der der part der emotionalen intelligenz also die emotionale reife einer person und last but not least wie sie links unten sehen hier geht es um das thema stress management leistungserhalt speziell in der situation wie heute wo wir den druck von außen auch über die krise vielleicht noch verstärkt haben ist es glaube ich umso wichtiger die richtigen menschen am richtigen platz und sie dann aber auch nicht zu verheizen dass wir hier die möglichkeit haben das sichtbar zu machen wenn sie das gefühl haben das thema ist für sie interessant und bereits nutzen 12 millionen menschen weltweit unsere assessment tools dann nehmen sie mit uns kontakt auf sie können sich bei uns zum einen akkreditieren lassen ausbilden lassen in allen verfahren oder die schälen gruppe stellt ihnen experten zur verfügung die sie insgesamt in diesem prozess begleiten wenn sie trainer berater sind haben sie die möglichkeit sich bei uns selbstverständlich auch lizenzieren zu können zertifizieren zu können um mit uns zusammenzuarbeiten ich freue mich auf ein kennenlernen ihr frank schillen